Oder noch 1, 4 breit und 6 lang oder so. Ich speichere jetzt erstmal ab. Ja. Aber Hauptsache so eine komische 3D-Schritte drin, ne? Also wie gesagt, ich habe Kritikpunkte an dem Spiel. Meine Erwartungen hat es nicht erfüllt. Und ich finde es halt echt komisch. Und dafür, dass sie das für 29 Euro veröffentlichen, ist es echt lahm. Jetzt gehe ich aber nochmal ganz kurz. Auf Toilette. Auf Toilette. Untertitelung. BR 2018 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 Oh, da bin ich wieder. Mehr Spieler. Hosten. Weiterspielen. Start. Freunde einladen. Ich muss echt mal mein Steam-Bild ändern. Hinten dann schon. Joa. Nur noch gucken. Fire Phoenix. So, warte mal, wo ist mein Kalender? Hallo. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich komm dem mal entgegen, entgegen. Das ist noch der Punkt. What the fuck? Das ist einfach saunnervig. Kommst du oder schau ich? Ich komm schon weg. Aber hier sind Püsche. Das kannst du maximal vier stück tragen, was es auch nicht schön macht. Interessant. Interessant. Was ist das für ne Musik? Das ist irgendwie blöd. Kannst du sagen, was du willst? Ne, ich komm zu euch. Du findest nichts. Überall nur Kannibalen. Und was weiß ich. Alles, was dich töten will. Also, als wäre das Spiel irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir wollen jetzt mal The Forest. Aber als Dark Souls. Wird ja immer schlimmer. Wird denn da jetzt gerade gebrüllt wie Tatsachen? Den Kleinen. Ähm. Gut. 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 Nee, ich kann nix mehr machen. Ich kann nix mehr machen, Leute. Was ist denn passiert? Nee, ich kann nix mehr drücken. Ich kann nix mehr bewegen? Ja. Ich kann auch kein Inventar mehr öffnen. Nix. War die Dame nicht mal nackig? Nein. Aber wenn's schickniss ist, ist die Klamotten relativ durchsichtig. Na toll. Und man kann die Sachen sehen. Man kann was? Also, man kann durch die Klamotten dann durchsehen. Die sind wirklich durchsichtig. Will die mich irgendwo hinlocken? Äh, Leute. Ich kann das Spiel nur beenden. Ich kann nix machen. Dann lass dich mal vom, vom Justinal niederstrecken. Vielleicht. Geht er. Manchmal hilft er es vielleicht. Mach mal. Dann müsste er gleich bei dir in der Nähe sein, glaube ich. Er steht vor mir. Er hat die Blondine verscheucht. Du musst mir auf die Frösche hauen. Justin, du musst mir ins Gesicht hauen. Du musst mich niederstrecken. Ich hab da ein ganz tolles Spiel rausgebracht. Oh, Mann. Du siehst nix. Original. Original. Nun müssen wir... ... ... Ja, ... ... ... ... ... Natürlich. Also entweder war ich bei der Forrest toleranter oder es war nicht ganz so schlecht. Aber das Interessante war, Forrest haben sie nicht gar gleich auf... Um... Ähm... Gut. Kann ich gar nichts mehr machen. Ich bin nun sterblich. Und ich bin gerade am schrubben. Mist. Ich hab schon über zwei Stunden gespielt. Ist ja nicht spielbar. Seid ihr jetzt alle rausgeflogen, ne? Ja. 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 alle essen drin das spiel ist wirklich eine frechheit für 28 euro Mist Ich bin in dieser Höhle drin, wo wir drin waren, in diesem Drucker. Wollen wir jetzt noch schlafen, oder? Mit Nacht, also ich würde mich gerne hinlegen. Na gut, dann, also ich bin in einem Bett. Ich brauche aber in einem Bett. Das ist doch so hässlich. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Justin. Ich kann hier wieder looten. Immer noch Ladescreen, alter Schwede. Dabei ist er eigentlich akzeptabel. Ich bin in einem Bett. Aber auch schon zum Beispiel. Ich bin in einem Bett. 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 Vielen Dank. Das ist der Big-Kopf-Modus. Verstehe. Natürlich empfehlen die das alle. Ich ducke mir ein paar Trinkflaschen jetzt aus. Hoffentlich kann ich mehr als nur eine tragen. Ja, das ist der Big-Kopf. Das ist der Big-Kopf. Das ist der Big-Kopf. Das ist der Big-Kopf. Ich geh mal auf der Helle raus, weil... Was zum Geier ist das für ein Quick-Slot. Ja, dann schließt das Spiel einfach mal mit Alt-F4, Justin. Ich glaube, da bringt dann auch nichts mehr. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich glaube, dasals natürlich ist der Big-Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß noch nicht, was mein Charakter aktuell hat, aber der scheint irgendwie ganz viel Lust zu haben. Was willst du? Ja! Ja klar! Ah, das ist ja... Kannst... Justin kommt wahrscheinlich nicht rein, ne? Naja, wahrscheinlich nicht. Hä? Bei mir checkst du, dass du im Wasser bist? Die haben mich im Wasser festgekettet? Ich bin am besten mal nach draußen, weil da ist irgendein Punkt. Ja, da sind meine Sachen drin. Nee, nicht den, sondern bei der Außen draußen. Achso, der... Trotzdem muss ich erstmal meine Sachen hören. Ja, das müssen wir machen. Ich habe das Gefühl, du bist ständig hungrig, müde, durstig. Puh Puh also ich will das quick menü beschissen sag ich jetzt wenn das so umständlich jetzt ist doch nicht mehr quick und überall diese musik warum ist sie so laut hier ist eine pistole läuft bin ich mal auf den ersten patch gespannt ja ich auch ähm ja holst du das her oder bist du da am gammeln guck mal ob du beitreten kannst justin sonst machen wir einen pc-neustart sonst nicht von mir ist ein haie auch muss ich ja noch eine lange animation Und wie viel Muni hab ich? Keine Ahnung. Wir müssen halt nur irgendwie wieder zurückkommen. Ja, ich... Wenn der Hai wieder näher kommt, kann ich ihn mit dem Falle Bogen abschießen, vielleicht. Weil du könnt... wenn der nicht mehr da ist? Doch, der ist da. Wo ist er? Na, diese Wasserwellen... Ne, ich weiß nicht, ob die du siehst. Gerade immer ganz nah dran. Der kommt immer wieder. Aber wir könnten versuchen, schnell abzuhauen. Sollte eigentlich möglich sein. Ja, kannst nur versuchen. In der Nähe kommt, sieh ich jetzt erstmal ab. Echt gut ist jetzt. Echt gut ist jetzt. Wird das Sinn? Ich hab grad gebissen. Wird aber nur gebissen. Du bist nicht gestorben, oder? Ne, nur gebissen. Okay. Ich müsste eigentlich jetzt weit genug an Land sein. Ja, ich bin wahrscheinlich, äh, andere Nähe geschwommen. ... Ja, gut. Bogen. 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 hab noch ein bisschen Fleisch gefunden das Blas hab ich jetzt gegessen Glas gepressen ne das Sohle Fleiß gepressen ich weiß schon mal auch aus der Schildkirche noch was rauszuholen ja ja warte, 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 warte ich wollte nur gucken ob ich ein Justin einladen kann ja, kann er jetzt nicht hier ist auch noch eine Schildkirche ne ja ne, ich glaube wenn sie gelootet, wird sie gelootet wir wollten es anders, aber Spiel sagt nein ach ach hm hm dieses lange Tücken, boah und jetzt nur einmal kurz drauf drücken ja so jetzt bringt das Fleisch mal zurück ähm, sag Bescheid wenn dein PC soweit ist, Justin ah, hier ist noch Sachen rumliegen, gell gell Energy Drink genau, da war ich auch da müsste, äh, der Typ hat glaub ich noch Pistolenkugeln in der Hand ja da war auch trotzdem von The Forest sehr viel recycelt, was sehr komisch ist aber irgendwie kann ich so schnell nicht öffnen, vielleicht ist das auch eh gebrockt zwei Granaten ey, was fünf Granaten du willst jetzt was? fünf Granaten ja, kann man mal machen die sind so ganz komisch die sind so ganz komisch ja ja ne ich äh ja ich hab da ganz viel fleisch drauf gehauen du kannst eigentlich die trockene stelle fertig machen das war der verbrannt oder war der verbrannt wahrscheinlich gewesen vielleicht war der noch nicht durch das kann doch nicht sein dass er innerhalb von fünf sekunden verbrannt ist ja ich brauche kommen dann kann es mal essen ist voll ja meins nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht wenn du jetzt noch irgendwas ich habe jetzt ein ich habe wissen dass ich das fleisch hier auch hingegen ich habe jetzt auch fertig das fleisch hingegen dann hole ich ein bisschen holz wieder ja wird ja noch mal gucken ob ich noch mal was jagen kann die rieb verbrannt oder warum haben wir nichts gefunden schon wieder ganz viel drucker hart woher auch immer so viel bauen kann man halt noch nicht ne paar grundlegende sachen aber ich finde das quickslot finde ich trotzdem immer noch scheiße man kann halt komplett frei bauen deswegen habe ich fast nicht gedacht müssen die selber nicht viel strukturen einbauen nee das meine ich nicht ich meine aber du kannst sagen was du willst aber ich finde quickslot ist kein quickslot der ist viel zu umständlich gebaut was hier kommt nicht mehr ins spiel oder es ist ja mies also du kommst dich in unser spiel oder kommst du generell nicht ins spiel und speicher ich gleich nochmal ab also ich habe gespeichert ne ja aber ich soll auch abspeichern ein bisschen gespeichert ja das spiel ist echt weird ich sag's ganz ehrlich da spiel ich mit euch lieber ne runde the forest oder sag dein pc nein justin das ist jetzt die andere sache das ist jetzt die andere sache bis jetzt die andere sache So. Schreibt die Jessie mir, das muss an meinem PC liegen, wenn das Spiel hängt. Da denke ich mir so, wenn es am... Wenn mein PC für das Spiel zu schlecht ist, dann will ich wissen, welcher PC das funktioniert. Mit welchem PC das funktioniert. Ja, Essen. Gut. Justin hat wahrscheinlich noch Ladehimmel. Ich versuche nur mal irgendwie was zu besorgen. Warum bin ich denn ständig am... Also bin man durch, das hast du eigentlich nicht. Ne, ich bin die ganze Zeit erschöp. Aber warum? Ich lasse den Typen einfach Stöcke sammeln, dann haben wir alles, was wir brauchen. Immerhin kannst du jetzt Boxen öffnen, das ist doch schon mal was. Wie detailliert haben sie die Dame denn im Badeantut gemacht? Also... Also...